So, auf geht's. Pass auf! Ja. Auf geht's. Ja, ja, haut mal ruhig ab hier. Komm. Ja, ja, fahr, fahr, fahr. Oh, rot. Rot. Ja, okay, dann fahr so rüber. Ich dachte. Janik, du führst an, ne? Du führst an, ne? Oh, okay. Au. Pass auf, pass auf. Hat er das gemacht? Ja, hat er. Siehst du nicht, dass er viereckige Reifen hat? Nö. Also, ich hab keinen Plan wohin. Ihr wisst wohin. Aber ich muss dir so die anhexen. Links. Über die Wolken. Oh, die Sonne. Oh, der Transporter war du links. Ja, zu spät. Egal. Ich komme direkt neben dir. Ja, jetzt ist es zu spät. Ja, was lassen, ey, Jungs. Die ganzen Autofahrer hier kann ich echt manchmal killen. Ja, da ist halt schon. Alter, ist das geil. Zu fünft. Was ist da denn los? Polizei! Ich war es nicht. Gesperrt, oder was? Ja. Ja, fahren wir rechts vorbei. Ja, dann müssen wir irgendwie rechts. Wir folgen Ihnen. Deswegen war es eine scheiß Idee, ne? Ja. Ja. Was ist das denn? Was ist Antifaschist da? Achso! Antifaschist! Fahr, fahr, fahr! Links! Links! Äh, nicht mehr links abbiegen. Nur geradeaus. Ja. Achso. Oh. Hey! Alter, dein Bals ist ja sauber aus! Und Deins hier! Du sollst hier filmen, Digga! Ja, tue ich ja! Jetzt eigentlich die GoPro auf die Aufnahme aufsehen, ne? Keine Chance gegen den Tori-Toni, ne? War das? Thermi-Knoni! Tony! Tony-Knoni! Geile Nummer, ey! Tony-Knoni! Ich habe einen neuen Auspuff! Es ist die Marke Tony-Knoni! Boah, da ist er so langsam auf einmal! Ne, ich? Ne, Jens! Erst noch zieht er ab und dann lässt er sich stark abräumen, dass ich keine Chance mehr hatte! Ey, sind ja überall am Speer! Ja, passiert mal, ne? Ja! Dennis, fahr mal links! Jens, du dann rechts! Okay! 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 So, wie ist es kalt, ich will nach außen! Nö, mir ist noch warm! Juhu! Wie war das? Freitag? Freitag? Ja, heute ist Freitag! 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 Boom, 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 boom! Ich hatte sowieso schon Freitag, deswegen... Wie, du hattest frei! Du sagst so frei! Ja, ich arbeite vom Montag bis Sonnertag! Äh! Tja, Jungs! Ah, toll! Das war aber nicht vom Tat! Das heißt, ihr könnt cruisen und ich muss knüppeln! Ohhhh! Hallo? Ja? Was denn? Hallo? Was wär das? Was war was? Ja, da vorne! Wieso, was denn da? Der hat kein Bremslichter! Oh Leute, ey! So, der schickt das Arbeitsamt! Ach so, der will links... Äh... Zieh, zieh, zieh! Komm, komm, komm! Zieh durch! Der Jan, der geht noch mal Gas nach vorne umgelassen! Was macht der da? Meine Güte, soll ich in... Na egal! Ich fahr jetzt links in R-Rate, so! Linke Spur? Okay, ich fahr hier links! Was machst du hier? Der fährt hier gleich rauf! Braap! Braap! Dann sind die alle rechts, ne? Keine Ahnung! Keine Ahnung! Ey, geht jetzt ja gerade runter! Boah! Pfff! 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 Oh! Ey, ist grün! Komm mal links! Komm mal links! Ich? Ja! Komm mal links! Ja gut! Ich weiß gar nicht, wie wir von hier zum Elbtunnel kommen. Keine Ahnung! Wo bleibt rechts? Keine Ahnung! Hallo? Hallo? Jens? Ja ja, ich bin noch da! So! Pfff! Oha, Potsenbike! Grün! Potsenbike! 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 Patrick wird zugerauchert! Aufhack! Potsenbike! Potsenbike! Woh! Oha! Komm, bleib da! Da! Okay, ich komme noch rechts. Ich auch. Ich lass mal ne Lücke. Ich auch, ich auch Jungs, alles cool. Gut, komm in die Mitte, Mitte! Platz für den, nein, nicht die Miriam, dann warst du wieder vorbei. Hallo! Ich betrole ihn! Nee Jungs, nee, ich hab sie schon mal gemacht! Geh mal auf die Hupe! Pass auf, wenn er dir das Auto! Oh, der kann ja angeln! Ey, das ist ein Kind! Ja, und wir sind hier auf dem Gieß, hallo? Links! Und wieder rechts! Jo. Jo. Komm vorbei! Ja? Ja boy, hallo! Es ist hier raus! Musste sein. Der Typ war cool, der gerade da mit der Hand. Der Typ, ja, ja. Wollte er Hallo sagen? Nee, nee, er sagt, wir sind nicht grad dicht und ich nochmal wheeling im Gelegen gelegt. Catchy herz. Aber nur klein. Was hat er gesagt? Keine Ahnung. Einfach mal lachen. Der war, äh, Patrick meinte, der war besoffen. Er hat den knallroten Tomaten geguckt. Du warst grün, Junge, genau. Ey, against the road! Yay! Dieser Penner, das war against the road. Ja, ich weiß, das war against the road. Ach so, habt ihr wieder an dem Helm erkannt, ne? Ja, 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 an der Maschine, an dem Helm. War das ne grüne, ne, oder? Nein, nicht die grüne, die andere, die blaue. Die blaue, ah, okay. Oh, Dennis! Ja? Ach so, sorry, ja. Ich musste Bremse hören. Ja, guck mal, ist sowieso rot. Jetzt kommt wieder Gas. Was ist los? Janik, soll mal vorfahren. Fahr, fahr, fahr! Ja. Ach so, hier sowieso. Wo ist ein Fanny hin? Ich bin hier. Rechts? Okay. Mach ich mich links breit. Der Transporter fährt hier ein bisschen scheiße. Ja. Ja. Ist doch egal. Es wird sowieso eine Ampel hier gleich. Eigentlich können wir sogar alle nebeneinander fahren. Ja. Nein, theoretisch ja. Rechts. Guck und jetzt geht die Aufstellung wieder auf, Sven. Hä? 1, 2, 1, 2. Jetzt geht die Aufstellung wieder auf. Ja. Hören auf den Polen. Die haben voll die Mondaugen da im Auto. Guck dir mal die im Auto an, Alter. Was, die fahren? Nee, die, die Dame sitzt hinten. Links. Ja, längs, 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 längs. Ich mach rechts. Links, links, rechts, links. Ja, ich komme. Ist das jetzt nicht Richtung Blanken des Eseln? Nee, oder? Ich weiß das gerade nicht. Richtung Blankenese. Fahrt. Ja. Achtung, Achtung, Achtung. Oh, ist das gemein hier. Kreiskurve hier, ja genau. Ja. Ja, da kommt. Vorsicht. So, jetzt werde ich mal vorne. Er hat gesagt, Parallelstraße ist 30er-Zone. Ja. Ich kann auch leise fahren. So, so ist gut. Ich kann auch leise fahren. Muss ich ja gar nicht. Mal gucken, wie das hier heißt. Ah, naja. Ja, 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 ja. Am besten noch mal ein paar Leute wecken, oder was? Ein paar Schweine erschrecken. Brick, brick. Blick, blick. Ha, 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 ha. Sag mal, ist da nicht Yannix Maschine offen? Wer? Ben, Yannix Maschine? Ich weiß es nicht. Doch. Er, doch. Komm rüber, Digga. Wo bist du denn? Ich bin hier. Echt schon? Okay, dann ziehen wir rechts mal. Fahr mal hier so, ne? Ja, ich seh'n immer nicht mehr. Hinter mir sind zwei Motorradfahrer. Eine Cross und eine süße Kawasaki. Meine Fresse, ey! Was ist denn? Leute, schick das Arbeitsamt mal wieder. So, Jens, fahr mal ein bisschen vorher. Ja, das werdet ihr nicht machen, hinten hier alle sauber. Rechte Spur. Wir putzen den Asphalt. Fahr vor, Dennis. Okay. Ich hab keine Ahnung, jetzt wo ist das? Das hängt mich überhaupt nicht aus. Ich auch nicht. Aber Janik, am Unterhiger. Ich kenn das hier. Hier war mal ne Kiefern-Europädin. Ich glaub, das müsste jetzt hier oben marschen werden. Hätte ich mich für die erste Wohnung entschieden, würde ich jetzt in der Max-Mauer erleben. Ja, stimmt. Das müsste ontmarschen sein. Für Dingser. Wir fahren gleich zum Elbtonne. Knall doch mal ein bisschen. Was? Jens. Geht nicht. Dafür sind wir zu langsam. Oh, das hängt gleich. Bisschen dichter. Ja, schaffst du, schaffst du. Ich kann immer noch drauf stolz sein, dass ich mit so einem Fahrer unterwegs bin. Krass, ne? Ja. Oh, 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 oh. An der eine mit dem Boot ist, wo der Ausgriff auch fast 1000 Euro kostet. Jo. Alter, wie kannst du da so viel Geld abgehauen geben, ey? Oh, grün. Ich muss noch nie mal absetzen. Ich auch nicht. Wo zur Hölle? Das geht zur A7. Das Einzel? Ne, unmarschen, ne? Warum macht der das? Weiß ich nicht. Komm her. Ja, alles gut. Die Kipps an der Busse sind fast geil. Warum fährt der 50? Keine Ahnung. Wir sind ja ganz geschmeidig. Oder willst du ragen? Aber wenn ihr jetzt mal Rinde-Din-Din macht, dann denkt man, dass sie irgendwie halten müssen oder sowas. Glaub ich. Ja. 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 Das ist wie vorhin die Schnauze hier gepustet. Vor allem der Ausfuß von der Toprex malen richtig, ne? Ja. Weg da! Weg da! Wir müssen links. Wir müssen links. Vorsicht, Jens, ne? Ja, ja. Kommt ran. Ja, ja. Wir sind dabei. Ja, okay. Ah, wir sind ja am Kilo. Ah, ja, okay. Das weiß ich nicht. Ah, Jens. Was? Steine. Mensch. Ja, kann ich noch nichts dafür. Doch. So, Dennis. Seitenwechsel. Okay. Sehr schön. Ist nicht sehr gut. Ist schön so ein Kot. Sieht aus wie... sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Wie lange habt ihr eigentlich gebraucht für das Maschinenputzen? Eine Stunde. Ja. Ungefähr. Stunde. Ah, sieht gut aus. Nö. Halt nicht. Warte! Warte! Du kannst ruhig vor. Wir sind doch im Gespräch. Oh, Fick grad am Nacken. Wo ist dein Halstuch? Ja. Ich hab kein Halstuch. Was ist denn nach rechts? Keine Ahnung. Frauen. Nackt. So, gleich links, Digga. Oh! Ach so. Ah ja. Linke Spur? Ne, rechte. Ein bisschen leer machen. Uts, 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 uts. Bis die wieder Fenster zu machen. Ich weiß nicht, was mit ihnen los ist. Er hat einen Zöppelfilip. Ja. Ab und zu, ab und zu hab ich meinen Krampf im Arm. So, wie ist der Zug? Au! Au! Warum ist denn Yannick so langsam? Au! So, Scheibe runter, jetzt geht's los. Ach so, bist du schon da? Ja. Ja. Ich weiß noch, ob die mit 200 Sachen durchgefahren sind. Hör dir das mal an. Kommt ihr? Ja. Ja. Ah, das ist scheißverkehrt. Deswegen weiß man, niemand kommt. Puh, ha, ha, ha. Zieh mir was rein. Jens, wär schön laut. Ja, sauber auch. Ja. Kommt ihr? Ja. Oh, das dröhnt hier doch. Stau! Stau! Weg da, Jungs! Warte. Stau! Jens, fahr mal ein bisschen vor. Fahr mal weg! Hä? Fahr mal weg! Okay, ist ja. Ist Stau, ne? Ja. Warte, warte. Er hat gerade auf dem Handling alleine gefahren gemacht. Jo, 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 jo. Ist gut, ne? Oh, ich fahr grad schnell noch machen, Digga. Ja, das fahr vor. Hä? Vorsicht, Vorsicht! Superball! Sorry, Jungs. Sorry. Ja, was ist los? Wo ist der andere? Äh, ganz weit vorne. Ja, ganz weit vorne. Okay. Ja, weiß doch gar nicht, wo wir runter müssen. Ja, weiß er nicht. Weiß ich gar nicht. Ja, Jens. Ja, Jens. Ficken wir er da runter? Egal. Okay, wollen wir noch Handgas? Ja, alles vorne aufgrund. Und links. Tschüss. Tschüss. Und... Tschüss. 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 Du weißt wahrscheinlich gleich rechts, ne? Wir müssen rechts. Fahr mal hinter den. Wo seid ihr? Ja, ich bin bei euch. Ja. Entschuldigung. 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 Ich bin auf einmal auf der pessoasch. Weck daaaa! Wo seid ihr? Hallo? Ich bin ein, ich bin ein. Habs doch! Äh, öh, 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 öh. Jetzt Elbbrücke... Äh, Dingsler-Brücke. Guckt mal wie tief in die Korven! tschüss wo seid ihr es war auf die kurve bezogen ich weiß gar nicht warum da eingehen und nicht übernachten im tunnel, das ist voll warm aber extrem da könnte ich nicht abschlafen muss er sein ja, versuchen tief zu fahren ich bin rechts von dir warum ruckelt das hier so? keine Ahnung ist ja nervig ich kann doch rechts bleiben bleib doch rechts hallo hallo jetzt ist er ich bin rechts oh ok oh man warte um oh man ich bin rechts komm ran, komm rein ja, ja kapier hallo alter, warum ruckelt das? ich connecte mich neu bis gleich ja, mach das hallo? ja es ruckelt immer noch drück mal einmal den knopf der knopf der knopf der knopf der knopf der knopf ach du ja einmal kurz oder lange? einmal kurz und dann wieder ja das ist ja schlimm das ist ja das ist ja Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020